Ach hin und bau dir was auf, wir sind keine 20 mehr. Ich sag mir, vielleicht bin ich ein Loser, aber ein freier Loser. Wermann Sukutex. Heute, 22.25 Uhr. Auf Kanal Plus First. Das Geheimnis des Erfolgs ist es, anzufangen. Leidenschaft steht am Anfang jedes Erfolgs. Erfolg hat drei Buchstaben. Tun. Ja, Erfolg ist schön und gut, aber was ist mit den ganzen Misserfolgen, die wir alle tagtäglich erleben?